Läuft! Was ist er denn? Ich muss mich erst mal wieder wach und die Zeuge wieder einstellen. Das war Spaß. Gut, eigentlich nicht. Oh, ein Scharfschütze! Wir sind auf denselben Server wie eben. Den stelle ich gerade fest, glaube ich. Ach. Oder wird der Chat einfach Server übergreifend angezeigt? Weiß ich nicht. Da ist er. Ich habe jetzt gerade so 80 Bilder die Sekunde. Trotz Aufnahme. Also wenn die Anzeige bei mir unten stimmt, wenn das die In-Game-Frames sind, habe ich auch 80. Wie konnte man sich das denn im Spiel anzeigen lassen? Vielleicht mal googeln. Was ist denn der Fahrstuhl, Alter? Ah, hier. Komm! Komm! Oh, der Stuhl geht auf, die geht auf. Warte. Achtung! Einsatzziel, Alter! Okay, von uns ist jemand da. Alles gut. Ja, raus,OD've ich nicht. Ich hoffe, glovesir. Da kommt du, Alter. Dann ist nur noch wunderbar. Hä? Hä? Du versuchst vorhin! Oho!! Anscheinend ist drittlich deiner Position ein kaltlicher Schauchschütze Oh, was ist denn hier? Also Munitionspäckchen hier so runter schmeißen zu mir, geht das? Wo bist du denn überhaupt? Rechts von dir, jetzt vorne geradeaus, nee, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, ja genau Ach da, jetzt Ich merke erstmal so ein Ding, ob das ankommt? Kommt angeflogen Geil, steht hier Ich komme hinterher Geil, geil, geil Oh 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 Weg 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 Arschlecken Warte 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 Sandi Wäre ganz geil Wir haben bereits das Ziel Ecker, Oberst Ich habe Schichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen Südlich der aktuellen Stellung Ich schlatsch mal Alpha, gehst du mit? Bin hinter dir Weg, schnell wieder hin Kannst du mal Munition grad fallen lassen hier Sunny wär immer ganz geil Ach, hab ich mich grad erschrocken, dass er durch die Tür geguckt hier, Sniper, rechts Wer da liegt Oh, ich glaub hier links ist in am Parkhaus, ja Oh, er hat mich zuerst Mich hat er auch Was aus dem Augenwinkel gesehen, er wahrscheinlich aber auch, kam zurück Nice Delta? Finde Spaß Ja Ne, Charlie Ah, ich spawne bei dir direkt Nimm ihn bei dir Oh, wir haben gerade recht das Ziel Besser localisiert Oh, da kommt's nicht durch Kannst du weg springen? Oh, da kommt ein Fahrzeug Ich weiß nicht wo, zuerst mit den fahrern Ich weiß nicht, wo die fahrern sind Ich hab Lichtkontakt zu dem feindlichen Panzer, östlich deiner aktuellen Stellung. Kommt ein Panzer, Achtung. Oh, fuck. Das ging schnell. Der down? Der Panzer ist kaputt, ja. Gut. Alter, das lauf ich ja genau gegen die Sonne, ich seh nur nicht schnell. Das hier kommt irgendwo. Scheines Scharfschütze. Ja, ja. Sieht aus wie ein peinlicher Panzerjäger, wendlich deiner Stellung. So, ich nimm gerade A ein. Bin aber ganz schön angehütet. Okay, hier ist jemand. Ab ein. Nein, kann ich einnehmen. Komma. Jetzt geht's wieder. Jetzt, weil ich dabei bin. So. Danke. Bitte. Jetzt wissen wir natürlich bei Prüsen. Alter. Oh. Die M.R. Oh. Aber wo noch ein Panzer? Äh, ja. Genau. Ui, 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 ui. Komm, renn, wenn du Munition brauchst. Da ist ein peinlicher Panzer. Fertig von dir. Feuer. Oh. Übernach. Oh, scheiße. Wie war denn das hier mit dem Befehlsrad? Also mit die, mit die. Q. 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 Okay. Einsätze zur Bravo wurden neutralisiert. Ja. Rechts Sniper. Ja, ne, Achtung, rechts ist er, ne? Mit der DBV-Splitter-Munition. Der Mudufu. Genau, der ist tot. Sehr schön. Der hat mir direkt einen Rangaufstieg serviert. Und einen Battlepack. So, cool drückhalten. Ah, ja. Okay. Ich hab da einen gehört. Oh! Schauen. Oha. Doppelkill. Schön. Hinter uns ist irgendwo jemand. Da hat da jemanden gesehen, oder? Ich hab' einen feindlichen Panzer nördlich deiner aktuellen Position gesichtet. Jetzt steht der Assi im Spawn und ballert. Ich hab' nicht treffet. Ich hab' nicht treffet. Aber das Visier vielleicht. Ich hab' nichts demonisches Haus. Ich hab' das in einem суд. Das ist along, BWE! Bin grad germapackktiert! Bin jetzt wieder bei dir. Da haben wir schon mal einen. Oh, hier bei mir drin ist es down. Bisschen. Bisschen ja weiter. Oh wow. Ja. Ja, mit der Rakete die ich hier habe, kann ich schlicht... Das ist die komische Lenkrakete. Hm. Hm. Nördlich deiner Position scheinen feindlicher Schausschüster zu sein. Wir haben die Kontrolle bei allen mit den Eifer verloren. Ja. Meine Gay 18. Hm. Oh oh. Kommt einer rein. Ich nehme mir die andere Waffe. Ich nehme mir die andere Klasse. Und gemessert mein erster. Bumm und kaputt. Hahahaha. Jawohl. Macht mal wieder richtig Fun, ey ey. Geil. Schön. So muss das sein. So. Versteht sich. Oh, hinter mir. Oh, ich denke die ganze Zeit vor mir. Oh. Jetzt hab ich mich falsch gucken. Ohohohohohoho. Ehehe. Ah. Spawn mal schnell bei A. Ähh. Ich hab mir grad ne andere knappe. Ist weg. Super. Ah, ist weg. Ich hab grad ne MPX, ey. Spaßmobil. ECO-Felder. Gehen wir zu ECO. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Alpha. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Alpha. Ja, hier drin ist jemand. Feuerstandshilfe. Sehr schön. Munition. Ja. So. Und weiter. Aber ich könnte ja mal als Squadleader Befehle angeben, ne? Oh. Gefunkte. Kannst du nicht weiterleveln? Ich bin ja schon maximal hier. Ja. Warte auf mal auf. Du nimmst jetzt grad auf, richtig? Ich nehm grad auf, ja. Warte als Testaufnahme noch gelassen. Kann man direkt hochladen. Sollte eigentlich gut aussehen, denk ich mal. Au. Wow. Guck, dass du wegkommst. Ja, bleib liegen. Der saß da mit Sicherheit irgendwo auf nem Häuschen. Der Ackerborn. Der Ackerborn. Ja, die sitzen da bei C irgendwo. Hm. Bist du da? Weiter, 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 weiter. Zack. Ach, gefallen. Ja, ich war zu sehr verletzt vorhin. Ich hab ihn noch angeballert. Merde. Merde. Ah. Ah, ist wieder uns. Gucken wir direkt mal nach C. Lass uns mal B laufen zuerst. Okay. Der stand nämlich da dazwischen, der Asi. Ah, okay. Ich hab den kaltlichen Platz hier gelehnt. Er hat sich deine jetzigen Position gebeten. Ah, C. Was? Ich könnte ja mal was testen. DMR. Aua. Was nehme ich denn davon? Nochmal. Sehr schön. Entert uns! Down! Oh Mist! Ne 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 ne! Wir waren immer doch an Nachladen. Der hat mich hier versteckt. Ich komme? Ich kann nicht joinen, muss sich irgendwie bewegen. Jetzt eher. Boah! Beschäftsrichter packt zu einem feindlichen Soldaten! Festlich deiner Stellung! Was? Wir haben gerade eins auf Ziel Charlie durch aktiviert! Au! Sniper! Boah! Oh! Keine Ahnung! Alter, wie sieht denn der uns bitte? Hallo? Loser! Lass den richtigen Namen! Loser! Okay, Loser! Ja! Oh, C? Ja! Ich würde gerne mal B aufs Dach! Daß! Lass ihn! Ilfensterck! Ja! 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 ich nehme mich aus dem schlug die sau aber ich war wieder ja geil war zwar jetzt ohne intro testaufnahme ist damit hier aber ab und zu kommt mal wieder was von battlefield zum glück haben wir jetzt am anfang die erste testrunde die waren nur als testaufnahmen mal gemacht haben wir ja ganz 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 klar in diesem sinne ab in die renne und koffer gefällt euch genau